Ihr Lieben, ich komme noch einmal zu euch mit einer Ankündigung und zwar ein Special. Ich wurde nachgefragt nach einem 200-Abonnenten-Special. Ja, jetzt sind es inzwischen 201-Abonnenten. Also es ist jetzt ein bisschen verspätet, aber es wird jetzt kommen. Und ich nehme mir eine Anregung mal zu Herzen von Julius L.P. Nämlich im letzten Video, da kommt die Anregung von ihm mal nach einem Special, nach einem Question-and-Answer-Special, ein sogenanntes Q&A-Special. Das mache ich auf jeden Fall am Montag ab 18 Uhr. Und zwar, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn es dann ein anderes Bildformat gibt. Und zwar mache ich das als Livestream. Und zwar mache ich das dann nicht mit dem Handy, sondern ich mache das dann von meinem Toshiba-Notebook aus. Also es wird ein anderes Bildformat geben. Es wird auch eine andere Tonqualität und Bildqualität geben. Also das wird alles ein bisschen anders aussehen. Ja, ihr könnt mich dann einfach mal fragen, was euch so auf dem Herzen liegt. Ich werde auch ein bisschen was von mir persönlich, nicht nur von Werder Bremen, sondern auch ein bisschen was von mir persönlich erzählen. Und ihr könnt mich fragen, was euch so am Herzen liegt. Und ich werde dann eine Stunde lang von 18 bis 19 Uhr das alles möglichst beantworten. Ja, und das wollte ich nachher mal ganz kurz. Ich weiß, es ist ja eine merkwürdige Nacht, aber ich bin halt eben auch Nachtschwärmer. Und ja, ich habe nur gedacht, dass ich euch das mal eben mal ganz kurz plötzlich noch ankündigen möchte. So, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch eine gute Nacht, beziehungsweise eine gute Restnacht. Ja, einen schönen Samstag, einen schönen Wochenende. Und mit seiner Demstern, Werder Bremen, Demstern, Günweis. Und mit seiner Demstern, Günweis.